Bei Trieb! Gehen wir erst auf den, die bluten, oder? Bei Trieb, ja. Warte, ich brauche noch Stamina. Ja, fass zu. Okay. Vollgas, nein, Monster, Alter. Achtung auf den zweiten Arm, Monster. Ja. Gehen. Alter. Oh, da ist ja getriggelig, ja? Ja. Komm, leg den ab und so. Wunde schlafen. Hehehe. Oh, ja. Dann war ich schon Player Killed. Äh, nein, ich glaube in der Runde noch nicht, oder? Bei dem ohne Kampf halt vorhin. Ja. Heil am Sack. Oh, ja. Er war noch Sack jetzt. Coming in? Hm. Du brauchst nicht mehr Power. Hehehe. Hehehe. Ja, das ist bei der Flügelstube. Hehehe. Sooo... Verloben, ein paar wegsnecken Jupp Die restliche Tricks haben Bobs Ja, ist wenigstens noch was los he Ja Ich hätte auch gesagt... Oh, guck mal, da hinten hat's eine Trike-Herde Wer bist du? Oh Nein, wir müssen die jetzt gleich hoch Ja, wir müssen alle hoch Oh ja, aber schnell Ja ok, greife ich nix mehr Ja... Ja, ich laufe hinterm, äh... Die Spino hier Ja Ja Gut Hm Ah, hier wollen wir doch doch Komm mal drüber Sooo... Komm jetzt Da ist... Dichte Getränke hier Hm... Drehen wir uns kurz Stamina resetten Nope Ja, nur ein Snack da vorne Brauchen wir ein bisschen Fleisch Ja, brauche ich auch Ok, gut Gibt's noch ein Snack? Gibt's noch ein Snack? Ähm... Nope Ah... A Repair-Item Guck mal, ob wir ein Barteier-Snacken sind Ja ok, Hauptsache Fleisch Hehehe Hehehe Er hat meine auf Hungerkuh gesetzt Hehehe Hehehe Zweckfücher dann Hehehe 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 Oh, da hörne, geradeaus, geradeaus Auf den müssen wir drauf Hello dude Hello I need meat I need meat Ich tu ihn blocken, ich tu ihn blocken I need meat Gut, ihr nen fisch-blob Hey dude Hi dude Heinouiude Hehehe I need meat Hehehe See, das ist gut cis Wurst in der Spiel das ist schon du der ist wegkrankt wahrscheinlich irgendwo wo der Spieler ist oder? oh das sind Bronto so overfuck ok oh bringst du meinen Spino? ja ok die Hände das ist ein Komets Spino kommt doch ja komm Rexy komm Rexy ok wo ist der Bronto verfolgen hier? ja ah der hat das hat kurz nochmal Levels gehen alright ja so ist recht boah der doch der Bronto macht ganz schön schade boah fuck neu der schießt doch nicht der Hubersohn äh ich komm Trampi nochmal runter ja ist das Bino hinter dir? ja ok sehr gut äh da oben steht da oben steht ähm scheiß Bronto ok ich muss hoch ok ich muss hoch ja von links kommt ein Rex echt? ja ja von zu ne 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 boah oh fuck hat noch irgendjemand nie ja wenn dann sollten wir ja schon auf der Rex gehen ja den müssen wir ah gut aber die ja ok die dahinter ist ein Spino ne ja der greift hier also komm auf der Rex ja ja ok Achtung da ist ein Vogel ein Vogel ja last yet grab her last yet grab her ja ok das probiert er wahrscheinlich er wechselt ja zum Vogel glaub ja dann können wir weg ja ok wir werden mal weg Achtung der Vogel kommt ja ja ganz zurück Pfeffer ok da kämpft 2 anscheinend Ok da kämpft 2 anscheinend ok da kämpft 2 anscheinend Achtung auf der Vogel ja ja Wenn ein Vogel gut zurücksitzt, jawohl, E9, down. Fuck, da müssen wir jetzt knappen kriegen auf das. Fuck, ich gange ein. 4, 3, 2, 1... BRINNER! Was? Huuu, huu! Ich hab mal in den Down gegangen, ne? Hier, du hast schon in der Wisch, gell? Ja. Hebel, verlebert noch. Ich glaube, bei dir. Weißt du, mit deinem Reksel der Wett, ne? Ja. Geht ihm! Geht ihm! Geht ihm! Geht ihm! Geht ihm! Wir schneiden den Weg ab. Jawohl! Jawohl! Ah, ich wollte mal sagen. Mir gange ein Abend wie Schnitzel. Ja, ohne Flachse. Es gibt nicht viele Tribes, die uns besiegen sind. Krass! Via Ja, Rex! 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 Oh. Nice! Nein! Geile Folge, Junge! Hohohohohohoho! Ja, Mann! Amen.